Willkommen zurück zu einer neuen Folge Turok Ziehts auf Ibel Na, will ich hier jemand durch? Ne, will ich mal nicht öffnen Ja, dann müssen wir doch mal hier in das Wasserlabyrinth mit reinschauen Mal gucken wie das hier so wird Na, gucken wir mal Nicht das mal hier ertrinken das Ganze, das wäre natürlich nicht so hoch und pralle Hoffentlich Na, komm Marenia Wir haben doch nicht ewig Zeit Dein Oxygen ist hoch Guck mal, bin ich jetzt hier nirgendswo falsch? Ey, Marenia Geht zu der Surface Ach, stimmt ja, die können sich ja jetzt auch unsichtbar machen So lange So weit habe ich nicht kommen lassen Hier haben wir ja bloß die kleinen Diamännchen hier Sonst weiter mischt Ja Waaah, kommen wir runter wieder Waaah Ey Okay Achso, bin ich ja schön oben Ähm 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 Ach, scheiße, ja Ähh Ich weiß nämlich ganz genau, was hier passiert jetzt Ähm 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 Aber mit dem Hintergrund, dass ich hier der in full health habe weg hier 64 nur noch mal wollen oder was 62 wer hat mir denn da so viel abgenommen da kommen ja noch mehr spinnen wo kommst du denn auf einmal her wunderbar getroffen jetzt hier gleich weiter oder verziehen die sich oder kommen nicht hinterher keine munition ich hatte auch schon überlegt hat da eine schwierigkeitsstufe jünger zu machen weil das ist doch mal hier ah killings ey das ist nicht schön das ist wirklich nicht schön keine munition ich weiß ja nicht ich habe es doch eigentlich auf normal gestellt ich habe es doch schwer stimmt hallo ich wollte mich hier alle rollen aber was ja toll ey bin ich jetzt wieder hier oben bringt mir alles nicht sehr viel mehr weil ich so oder so vollgepumpt bin mit ich habe gedacht ich sterbe jetzt hier aber ist ja alles nicht der fall also bringt uns das hier jetzt auch nicht weiter ganz genau ich wollte doch schon sagen hier ich bin doch hier aber wenn ich jetzt hier schon bin habe ich doch irgendwo eine einfahrt verpasst oder was ist das für ein müll da habe ich doch irgendwo was felschen abzweig genommen bin ich mir zumindest relativ sicher hier oder kam das erst noch später hier geht es noch rechts rum hier geht es auch noch rechts rum dein oxygen ist hoch dein oxygen ist hoch dein oxygen ist hoch dein oxygen ist hoch einmal hin und her laufen ist hier auf der surface ach 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 als wenn er gleich hier abnippeln wird dann können wir doch zumindest hier sind die benen wo ich hoch gehen kann da bin ich ja gekommen ja oder ja alles nicht so einfach was so eine kann ich auch hier lang gehen muss ich nicht da im kreis rein glaube ich zumindest ja also muss man doch da durchgehen das schwer ist doch relativ schwer an zehn gesundheit bringt mich ja jetzt auch nicht dolle weiter sage ich mal vier schuss ein schuss den bogen den weitermachen ja schön muss irgendwo eine stelle finden hier komme ich bestimmt wieder nicht hoch er ganz genau das ist ein weg ticket und hier sind doch gern was ist denn hier los ist er die sind aber mal böse drauf hier ganz genau hier war doch ja scheiße ja mensch hier er macht mich ja nicht so irre hier durchs tor gekriegt noch mal hihihi das ist denke ich mal nicht so gewollt ja aber das nütze ich natürlich lieben gerne aus na komm nur noch eben wunderbar dann können wir uns jetzt wenigstens aufladen nein böse spinnen doch schon immer spinnen haste jetzt kommen die unteren massen an können wir uns zumindest hier aufladen die weißen machen so einen großen schaden er meine jüte er hat hier kann ja richtig richtig schwer runter hier er das ist ja mal richtig geil hier alles kommt du musst noch eine meck hängt dann noch also können wir uns eventuell ja stück für stück vorarbeiten flashlight hier geht es nämlich gleich richtig machen wir dazu ein bisschen munition weil da kommt ja gleich die kleine raus geschossen machen wir jetzt erst mal alles auf pistol oder machen schließt man erst mal das hier wäre mit ganze sechs schüsse lernen zum glück fühlt sich das auch da kommt hier er das ist das ist so was will ich denn hier jetzt mit dem betäubungsfeil er die sind ja auch mal lustig er jetzt kommt sie nämlich raus hier ja rückzugs bastion hier er das ist doch mal richtig geil oh ja alles kann auch richtig aufhören ja oder aber noch ein bisschen mehr zeug liegen oder ist das das ohr schachter mit nun jawohl noch mal haben wir das zumindest wieder vor gepackt er jetzt stehe oder hast denn hätte ich auch die nehmen können naja jetzt habe ich aber zumindest das würde das wichtigste voll also jeden war nur noch das gewesen soja wenn man hier runter springt ist auch vorbei aber zumindest habe ich jetzt wieder meine hauptwaffen mit munition frei können wir da eigentlich auch wieder hinschalten denn das ja die mehr stück hier rück hier er ui 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 na bist du mal tot hier na komm bum 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 jawohl da zumindest erstmal das erste hoch war schon wieder viel zu viel munition und verballert her war ein 10er bringen wir zwar jetzt nicht so viel ja ich würde auch schon sagen ja nicht unsichtbar machen das bringt bei mir alles nichts das bringt bei mir alles nichts das bringt bei mir alles nichts so da ist auch ein 10er hier munition 88 das sieht man immer noch ach so ach so die normale munition also kugeln nennen es noch mal ähm schade die packung bleiben kommt nicht wie noch ja nehmen wir noch ne nehmen wir gleich mit die meck ist so oder so ein bisschen ups 2 2 immerhin was 4 insgesamt ach das war ja jetzt erst einmal mit hin und her jumpen die bildung glaube ich ja so du bist erstmal tot kann man auch mal wieder hier achso äh hey ne dich wollte ich ja könnte man denn nochmal hin und hin nein schmeißt erstmal eine handgranate jawohl das das sehen ob ich ihn da geschehen drüber bumm ah jetzt rennt er erstmal wieder hier möchte ich natürlich auch erstmal mit weg schaffen da da sind das da drüben das ist auch wieder so ein betäubungsgewerbe aber warum mache ich das erstmal mit dem betäubungsgewerbe äh jawohl den kann man hier ja ins in ruhe tschung ja schade naja pflicht dann nochmal ne ah betäubungsgewerbe ist doch manchmal ein bisschen nur ein bisschen vorteilhaft Sanz hat er hier die leiter bis komplett für hoch pfeile habe ich nicht gebraucht äh wählen wir mal die hier aus wo komme ich denn da hin ach da komme ich ja erst lang wenn ich wenn ich diese komische sprungfehler hier machte tüm 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 da oben und das habe ich ja noch nicht das habe ich ja noch nicht ja betäubungsgewerbe können sich ja dann auch eigentlich stecken lassen dann aber das bringt ja eigentlich nicht sehr viel denn so da hoch muss ich nicht oder kann ich vielleicht hier einmal ringsherum rennen boah ja wunderbar ey nicht so viel munition hier ja 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 shotgun shotgun was soll ich denn da Dingspfeiler oder konnte man hier nicht rüber klitschen irgendwo ich weiß es ja nicht mehr ich weiß es ja nicht mehr ah ne den glaube ich nicht ja gut man kann natürlich auch den sheet anwenden dafür das hatte ich glaube ich immer ne brauchen wir ja nicht Ewigkeiten rumstören achso leider leider umgefallen das ist ja natürlich ja nicht so schön ja mit dem schießen klappt es doch eventuell mal ein bisschen besser hier ähm kann man natürlich in den ganzen ja 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 eben gerade so schön gelobt mit dem schießen und dann so eine Müll hier dann sind schon wieder hier die nächsten hä ach da oben ja wird doch mal umgefallen hier ja drei mal kriegen kann ich ja nicht dass die da oben so rum rennen ey mach doch mal hier mal Feierabend ey äh erstmal hier ein bisschen in die Luft springen hier ja toll dafür habe ich jetzt in das ist hier wichtig nicht so ein scheiß Sternchen na aber was ist auch immer da stehen so das ist wichtig das ist wichtig na ey jetzt wohns fand ich schuss hey halt da mal hier brauche ich dann nochmal einen Bogen oh brauchen wir nochmal den Bogen ja ja richtig schön munitionieren ja na kommen sie her hier so und natürlich habe ich natürlich hier nicht so viel aber das soll erstmal mehr so reichen denke ich mal dann können wir eigentlich auch hier drum ab spielen das ganze ja in dem Sinne Munition ein bisschen aufgefüllt leben wir da auch auf 100 oder hier sind halt auf 100 und äh dann sehen wir uns beim nächsten Mal also bis dahin denn tschaui tschaui pad ster tschaui tschaui Untertitelung des ZDF, 2020